Meinung pro und kontra Es ist die Überraschung der Saison, Eintracht Frankfurt spielt nicht etwa um den Klassenerhalt, sondern um die Champions League. Aber was, wenn das wirklich klappt? An dieser Stelle kommentieren wöchentlich Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de und Heiko Ostentorp, Fußballchef beim Sportbizer, aktuelle Fußballthemen. Diese Woche geht es um den Höhenflug von Eintracht Frankfurt. Nach 27 Spieltagen liegen die Frankfurter mit 45 Punkten sensationell auf Platz 4. Einer der Erfolgsgaranten, Kevin Prince-Barthain. Immer, wenn er trifft, punktet die Eintracht. Der Mittelfeld starrschoss beim 3.0 gegen Mainz bereits sein sechstes Saisontor. Und in den Spielen, in denen diese sechs Tore fielen, holte die Eintracht insgesamt 16 Punkte. Wir haben nicht die Champions League oder die Europa League als Ziel, sondern, konstante Leistungen zeigen. Besser als letztes Jahr sein, Sebastian, der aber zugab, natürlich freuen wir uns, wenn wir das Maximum erreichen. Das wäre die Qualifikation für die Champions League, und die rückt immer näher. Nach fünf Heimsiegen am Stück ist Frankfurt immer noch vorn dabei. Platz 4 würde reichen. Aber was, wenn das wirklich gelingt? Wer die Mannschaft der Saison ist, steht für mich längst fest, was Niko Kovac mit Frankfurts Multikultikader leistet, ist sensationell und die Entwicklung weder Zufall noch eine Eintagsfliege. Wer es vergessen haben sollte, bereits letztes Jahr stand Frankfurt im DFB-Pokalfinale und war dort ein BVB-Gegner auf Augenhöhe. Sollte es nun tatsächlich mit der Champions League Quali klappen, wäre dies für die einstige Diva-Vermain ein wahrer Segen. Mit den Millionen kann weiter klug investiert werden, wie es Sportbedirektor Freddy Bobic bislang fast durch die Bank hervorragend gelungen ist. Zudem könnten wichtige Spieler wie Radecki gehalten werden. Glettbach ist ein gutes Beispiel dafür, was eine Teilnahme an der Königsklasse bewirken kann. Auch die Borussia war bis 2011 ein Keller- und Chaos-Club. Doch nach Platz 4 und dank Clever eingesetzter Einnahmen hat sich Glettbach im ersten Drittel der Bundesliga etabliert und ist fast schon Stammgast in Europa. Diese Entwicklung ist Frankfurt auch zuzutrauen. Eintracht ist ebenfalls ein Traditions-Club mit riesiger Fahn-Base, einem tollen Stadion und endlich, endlich den richtigen Leuten auf den entscheidenden Positionen. Die Chance auf eine tolle Zukunft ist im Groß wie lange nicht. Nun schon fünf Heimsiege in Folge und beeindruckende Leistungen. Eintracht Frankfurt ist die Sensation der Saison. Die Arbeit von Sportchef Bobik und Trainer Kovac kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Aber Champions League? Bloß nicht. Die Auftritte der deutschen Teams in Europa waren zuletzt zu schwach, als dass wir uns über einen Überraschungsklub freuen könnten. Jivik und Salcedo sind nur ausgeliehen. Kovac wird schon bei Top-Clubs gehandelt. Torwart Radecki ist kaum zu halten. Der geschundene Körper von Boatheen macht auch nicht mehr ewig mit, Frankfurt wird schon ohne Europa genug Probleme haben. Und dann wird es laufen wie immer bei Überraschungsteams, die plötzlich eine Dreifachbelastung haben. Die Eintracht wird eine Liga gegen den Abstieg spielen, in der Gruppenphase der Champions League lediglich scheitern, und die Lage der Bundesliga in der Fünfjahreswertung verschlimmern. Leipzig, Dortmund, Schalke oder Leverkusen ist zumindest mal das Achtelfinale zuzutrauen. In einer früheren Version des Kontratextes stand, dass auch Frankfurts Rebik nur ausgeliehen sei. Er wurde aber schon längst fest über die Saison hinaus verpflichtet. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Euro Prämie sichern und die Bundesliga tippen. D-online.de und das Redaktionsnetzwerk Deutschlands der Mazzak Mediengruppe, zu der das Portal Sportbase gehört, kooperieren im Sport. Keine Sportnüsse mehr verpassen, jetzt fahren vom t-online.de Sport auf Facebook werden.